Das ist so ein toller Puppi. Wollt ihr Rucki? Jeder hat seinen Pinkel zum Tragen. Wo ist dein Begleiter? Achso, wo ist der Affe? Wo ist der Affe? Ist das lieb? Wo ist er? Wo ist er? Ist jeder vor? Wo ist der Affe? Hallo! Rucki? Was ist, Muttike? Wollt ihr Rucki? Steht er mir verantwortet. So gehen wir spazieren mit dem Rücken. Mit dem auch vom Rücken. Den nimmt aber jetzt keiner vom Rücken. Das sag ich schon. Hey, nein. Den hat er umgeschnallt. Bitte, Rucki. Rucki, komm her, Schatzi. Ah, toller Pupp. Komm her, Mama nimmt es runter. Komm, komm. Rucki, komm her. Komm her, Mama gibt es runter. Toll, mach sitz. Nein, sitz. Toll. So, da ist er zum Spielen. Da ist er. Da ist er. Wo ist er da, Affe? Der kann nichts dafür. Mexiko mehr, Mexiko mehr. Du gehst auf, du Schlingel. Du Schlingel. Hol deine Puppe, wo ist deine Kuh? Was ist, zeigst du uns die Kuh oder wo? Was zeigst du uns? Komm her, da komm her. Brocci, ich sehe dich. Komm her, komm her, mach mal her. Ach so, der Occi hat sich verändert, er ist zu viel Occi, habe ich da. Guck's an. Mach mal Sitz, Montek, wenn jemand mehr. Darunter sind sie auch fast dieselbe Höhe, der Montek ist noch dicker.